Teilaufgaben der Beschaffungslogistik, Lieferanten auswählen, Lieferanten bewerten, wir werden uns noch genau anschauen, wie man das macht, welche Kriterien, wir werden optimale Beschaffungswege wählen, dann die Materialprüfung, wenn das Material angeliefert ist, muss es geprüft werden, verlangt schon das Gesetz, man muss Mängel dann sofort rügen als Kaufmann, schauen wir uns auch genauer an, und E ist sozusagen die Basis kostengünstig und störungsfrei, das Ganze, das Ganze kostengünstig. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.